Servus und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der SportArena, in der wir diesmal folgende Gäste und folgende Themen für Sie haben. Bayerns Ski-Bergsteiger-König und Top-Wergläufer Toni Palzer gewinnt das legendäre 400-Meter-Rennen auf der Hochfürstschanze in Tittisee-Neustadt. Zusätzlich gibt der Berchtesgadener Dialektunterricht. Münchner Infinite Trail-Team-Vizeweltmeisterin Kim Schreiber ist zu Gast in der SportArena. Zweites Inklusions-Charity-Golfturnier für Kinder und Jugendliche am Wörzsee zugunsten der Aktion Sonnenschein. Nach dem Start der dritten Liga sind die Münchner Fußballbrüder Maxi und Seppi Welzmüller zu Gast. Der eine spielt für den FC Bayern 2, der andere für die Spielvereinigung Unterhaching. Vor dem Höhepunkt der Galopp-Saison mit dem großen Dallmeier-Preis sprechen der Trainer Michael Figge und der PR-Leiter des Münchner Rennvereins Sascha Multerer über die Chancen der Münchner Vollblüter. Toni Palzer aus der Ramsau bei Berchtesgaden ist bekannt als Skibergsteiger und als Bergläufer. Und er macht seit einigen Jahren mit bei den sogenannten Schanzenläufen. Und jetzt hat er den wohl bekanntesten und ja schon traditionellsten Schanzenlauf gewonnen, nämlich das 400 auf die Schanze in Tittisee-Neustadt hinauf. Bereits zum fünften Mal ist die Skisprungschanze Austragungsort des härtersten 400-Meter-Laufs der Welt. Skibergsteiger und Bergläufer Toni Palzer ist einer der Top-Favoriten im Rekordteilnehmerfeld von 1350 Läufern. Vor zwei Jahren war ich der Zweite. Jetzt war ich nicht am Start da, weil ich krank war. Jetzt heuer siegt. Das freut mich wahnsinnig. Das motiviert mich wieder fürs Training. Und vor allem motiviert es mich, dass ich nachts sehr hoffentlich meinen Sieg dort verteidigen konnte. Bei dem außergewöhnlichen Rennen gilt es, die 400 Meter lange Hochfirstchanze hinaufzulaufen und dabei knackige 140 Höhenmeter zu überwinden. Naja, vorbereitet so wirklich jetzt auf eine Skischanze hochzulaufen, kann man sich ja gar nicht. Ich bin halt im Verein tätig und ja, das sollte eigentlich reichen. Ob Profisportler oder Freizeitathlet, ob Wiederholungstäter oder Debutant, für alle Kandidaten stellt die 400 Meter lange Strecke dieselbe krasse Herausforderung dar und fordert der Kondition und Psyche alles ab. Ich bin jetzt zum fünften Mal dabei. Es ist einfach ein tolles Event, jedes Mal an die Grenzen zu gehen. Man möchte sich natürlich verbessern und jetzt möchte man einfach Jahr für Jahr versuchen, das zu schaffen. Der Schanzenlauf fordert von den Teilnehmern maximales Durchhaltevermögen. Vier Fußballfelder lang und 40 Stockwerke hoch ergibt in Summe eine Steigung von bis zu 75 Prozent. 600 bis 800 Schritte benötigt ein Teilnehmer für die Strecke. Meistens wird die Fortbewegung auf allen Vieren bevorzugt. Reihen für den Lauf habe ich mich jetzt nicht so speziell vorbereitet. Aber ich habe natürlich seit drei Monaten schon jedes Wochenende Wettkämpfe und trainiere fünf, sechs, sieben Mal in der Woche. Also die Form sollte stimmen, nur rein für den Berglauf, da fehlt noch ein bisschen. Ganz oben kommt als erster Toni Palzer an. Mit einer phänomenalen Zeit von drei Minuten 24 stellte er zusätzlich einen neuen Streckenrekord auf. Ich bin in erster Linie wahnsinnig happy, dass es heute rausgegangen ist, dass ich gewonnen habe. Aber es war wirklich ein harter Kampf im Finale, ein richtiger Sekundenkrieg. Aber zum Schluss habe ich mich eigentlich ganz gut durchsetzen können. Nach dem zweiten Platz vor zwei Jahren ist es der erste Sieg von Toni Palzer in TTC Neustadt. Die Münchnerin Kim Schreiber ist eine der besten Bergläuferinnen oder genauer gesagt Trailrunnerinnen, die aktuell unterwegs sind. Gerade erst ist sie Vizeweltmeisterin im Teamwettbewerb geworden und Luisa Off stellt sich schon mal vor. Kim Schreiber ist die große deutsche Hoffnung bei den Bergläuferinnen. Die 24 Jahre alte Studentin taucht vor zwei Jahren auf und erobert seitdem die Szene. Sie reiht Erfolg an Erfolg. So sieht Kim 2017 beim Muggendorfer Gebirgslauf, 2018 beim Kufsteiner Quasalauf und beim legendären Karwendelmarsch. In diesem Jahr fügt Kim Schreiber mit der Team-Vize-Weltmeisterschaft beim Infinite Trail in Barthof-Gastein einen weiteren Erfolg hinzu. 500 Trailrunner aus 45 Nationen sind bei der Infinite Trails World Championship in Österreich dabei. Das Hauptrennen dauert 20 Stunden und führt über 127 Kilometer und 7.800 Höhenmeter. Kim Schreiber bildet mit der Spanierin Shayla Avile und Abigail Hall aus den USA ein Dreierteam. Kim geht als Schlussläuferin mit 19,5 Minuten Vorsprung ins Rennen. Doch die Münchnerin wird noch abgefangen und erreicht als Zweite das Ziel. Dennoch ein Grund zum Feiern. Zurzeit lebt Kim wegen ihres Studiums in Bamberg. Zwischendurch ist sie oft in und um Franken unterwegs. Ob beim Obermain-Marathon oder auf dem Thüringer Rennsteig. Ja, aber nicht heute. Heute ist sie zu Gast in der Sportarena. Ich sage herzlich willkommen, Kim Schreiber. Hi, danke. Servus. Du bist so ein bisschen erschienen wie der hellische Komet am Himmel der Trailrunner. Vor zwei Jahren das erste Mal eigentlich richtig mitgemacht. Sofort gewonnen. Geht es da mit rechten Dingen zu? Ja, anscheinend schon. Also ich kann dir auch nicht genau sagen, warum es jetzt so schnell ging. Aber ich habe am Anfang immer gesagt, ich mache keine Wettkämpfe. Ich mag das nicht so gern. Und habe dann einmal ein bisschen reingeschnuppert und seitdem ein bisschen Gefallen dran gefunden. Ja, und jetzt kommt einer nach dem anderen so ein bisschen. Was heißt denn gesagt, du machst nie Wettkämpfe? Warst du immer schon Läuferin? Also Hobby getrieben von dir selbst? Ich würde eher Hobby sagen. Also ich habe als Kind immer relativ viel so Sportveranstaltungen mitgemacht. Ein 800 Meter Lauf mal oder ein Bambini Lauf ist das bei uns. So Wesslinger Seelauf war da ganz viel. Da war ich immer mit dabei. Und mir hat das schon gefallen. Also wenn man dann irgendwie da mitgespielt hat vorne und vielleicht mal als erstes Kind übers Ziel gelaufen ist, war das cool. Und dann so ein bisschen rumprobiert, Handball und so, hat mir alles nicht so gut gefallen. Und dann wieder zum Laufen gefunden. Aber immer so ohne Uhr, ohne Aufzeichnung von der Zeit, halt immer für mich. Und deswegen mochte ich diesen Wettkampfgedanken nicht. Mich mit jemandem messen zu müssen und eventuell nicht gut zu sein. Deswegen habe ich es immer gelassen. Aber was trieb dich dann zum Trailrunnen, also zum Berglaufen? Das ist ja zähste, das härteste überhaupt. Ja, das Lustige ist, ich mochte immer nicht, berghoch zu laufen. Also ich habe das immer gehasst und keinen Sinn da drin gefunden. Und dann hat mich ein Kumpel mal mitgenommen und meinte, hey, wir gehen jetzt mal in die Fränkische und das ist cool. Und glaub mir, das wird dir gefallen. Und das hat mir dann auch gefallen. Und dann kam das halt so. Also das war eher so ein Zufallsding, dass ich da mal mit reingenommen worden bin. Ich glaube, sonst wäre das vielleicht gar nicht passiert. Aber du machst ja noch mittlerweile Läufe beim Infinitrail viereinhalb Stunden. Ja. Das kann ja kein Genuss pur sein. Ja gut, das ist jetzt ein Beispiel, da war es tatsächlich nicht Genuss pur, weil es noch dazu mega heiß war. Und da auch mal ein bisschen was wehgetan hat. Aber es gibt tatsächlich Wettkämpfe. Der Karwendelmarsch zum Beispiel, der war noch länger. Fünfeinhalb Stunden. Und das war echt nur, wenn es läuft, dann läuft es. Also das war nur cool. Da hat es echt nur Spaß gemacht. Was ist das, dieses Spaßgefühl? Also es gibt ja mal die, die sagen, beim Laufen, da erweitert sich plötzlich das Bewusstsein. Oder es steigen diese Glücksgefühle oder so. Also durchlebst du sowas auch? Oder ist es dann eher das Glücksgefühl, je näher das Ziel kommt? Ja, ich kann es dir. Also es gibt dieses Glücksgefühl, wenn das Ziel näher kommt, absolut. Aber auch mal zwischendrin. Wenn es zum Beispiel Downhill richtig gut läuft und ich merke, das fließt und ich habe heute einen guten Tag und ich bin gut drauf und ich bin, wenn es gut läuft, vorne, dann kommt es schon auch mal im Rennen, ja. Aber meistens kommt es eher, wenn es Richtung Ziel geht und dann hört man die Musik und dann weiß man jetzt, ist man gleich da und kann sich hinsetzen und eine Apfelscheule trinken. Meistens eher da, ja. Das ist eine Gefühlslage, die kennen viele von uns nur vom Oktoberfest, wenn sie dort als Gast dann irgendwo einkehren. Einer, der als Bergläufer ja schon seit einigen Jahren für Furore sorgt, ist Toni Palzer. Wir haben vorhin gerade gesehen, er hat jetzt gerade beim 400 in Tittisee-Neustadt gewonnen. Und der ist auch dafür bekannt, dass er recht kernig drauf ist und gibt auch regelmäßig, mittlerweile muss man sagen, natürlich anderen, kleine Dialektkurse. Grüß euch miteinander, ich bin der Balzer Doni aus der Ramsau und ich will es sehen, it's nice, Tobias Preiss, Patizei, Tobias Bayer. Von dem her gibt es jetzt eine Lehrstunde mit mir, wie bayerische Wörter gehen. Ich zeig dir gleich, wo der Patel ein Most halt, ein zusammenkramt Weibspügel, ein Nörgel zuzulau. Ich mag dich. Bei uns wäre eigentlich, ich liebe dich gesagt, bei uns heißt das, ich mag dich. Aufmandeln. Kommt oft einmal vor bei uns im Bierzelt, dass ein paar Besuffene irgendwie einen angehen und die mandeln sich dann auf. Das ist mein Pflegerjahr. Die sind ein bisschen stärker unterwegs. Jeden Montag vor dem Markt und streich ein paar Leute. Aber das sind sie meistens nicht lang. Eine Ratsglocke. Was ist denn eine Ratsglocke auf Hochzeit? Eine Ratsglocke oder, ich keine Ahnung. Eine Gspuse. Ich zeig euch mal, was eine Gspuse ist. Sonja, gehör mal. Aber die Sonja ist mehr als eine Gspuse. Schüch. Also wenn was schüch ist, isst sie nicht schön. Ein Nörgel zuzulau. Ja, ein Nörgel zuzulau. Der hat meistens nicht so viele Türiere dabei. Und schützt sich, weil die letzten Fett sind vor ein halbes Bier. Das macht man bei uns nicht. Bei uns wäre ein Bier ausgetauscht, wenn es nicht mehr frisch ist. Zipfelglatscher. Der Zipfelglatscher hat wenig mit dem Bippei zu tun. Ein Zipfelglatscher ist einfach ein Trottel. Dem, was man halt sagt, dass er ein Trottel ist auf bayerisch. Zipfelglatscher. Schleuchti. Schleuchti wird bei uns gesagt, wenn einer irgendwo unterwegs ist und dem, was man eigentlich da gar nicht haben mag. Und dann sagt man freundlich zu ihm, Schleuchti. Schnachseln. Ja, bei uns hat man keinen Sex oder auch keinen Geschlechtsverkehr. Bei uns wird geschnachselt. Ich zeig dir gleich, wo der Bart war ein Most halt. Auf Hochdeutsch übersetzt war ungefähr Junge, Junge. Wenn du dich nicht sofort zusammenreißt, bekommst du ein Paar auf die Ohren. Sagt man aber nie. So, jetzt hoffe ich, dass alles verstanden. Ja. Problemlos. Ja, jein. Also den Toni problemlos zu verstehen, ist vielleicht schwierig. Aber das meiste, würde ich sagen, habe ich hingekriegt. Ihr seid euch ja schon öfter begegnet. Einmal sind wir uns begegnet. Einmal erst? Einmal erst. Einmal erst. Du dachtest, dass schon öfter Überschneidungen da waren. Nee, also ich kannte ihn davor schon. Der Name ist wahrscheinlich in dieser Szene ganz gut bekannt. Aber so richtig, dass wir uns gegenüberstanden, war erst einmal. Bei den Infinite Trace war das. Ist er einer, wo du so ein bisschen aufblickst? Gibt es generell so Vorbilder? Ja, also es gibt so ein paar, wo ich sage, ey, das ist einfach Hammer, wie die einen Berg hochlaufen. Zum Beispiel, also die Holly bei mir im Team auch, da schaue ich einfach nach und stehe da und denke mir, wie bist du jetzt so schnell diesen Berg hochgelaufen? Weil ich laufe ja auch schnell und dann kommen die da vorbei. Das ist schon interessant, die jetzt alle mal zu sehen und kennenzulernen. Aber Vorbild jetzt nicht unbedingt vielleicht. Also nur eher so zum Vergleich ist es interessant, ja. Wie passt das jetzt alles zusammen bei dir? Du musst ja trainieren, das machst du ja fast täglich. Ja. Dann ist Studium. Ja. Dann sind die Läufe. Und mittlerweile, du hast auch ein paar Sponsoren, du musst ja für die auch noch da sein. Ja, also es ist, es muss auf jeden Fall organisiert werden, weil ich habe auch noch einen Werkstudentenjob noch dazu. Also es ist eigentlich von morgens bis abends so ein getaktetes, ja, Organisationstalent, sage ich mal. Aber irgendwie bisher scheint es ganz gut aufzugehen. Es ist manchmal ein bisschen viel, gerade wenn es mal zwei Trainingseinheiten am Tag sind, was durchaus mal passiert. Oder jetzt in der Klausurenzeit. Aber es ist machbar, wenn man es will. Also ich will gut im Sport sein, das ist mir ganz wichtig. Will meine Wettkämpfe gut machen, will gut in der Uni sein. Also es ist viel, aber es ist zu schaffen. Bist du ein Streber, darf ich mal einen Schluck kurz aus deinem Glas nehmen, weil mir gerade die Zone weg geht. Also von allein so Strebertyp? Es kommt jetzt darauf an, wie du Streber meinst. Also ich bin nicht unbedingt, ich muss jetzt nicht alles perfekt machen. Aber ich würde schon gern das, was ich mir vorgenommen habe, erreichen. Und deswegen, ja, also viele bei mir im Freundeskreis sagen immer, ich packe es nicht, wie du so viel unterkriegst. Aber ich bin vielleicht so. Also ich brauche immer dieses, okay, ich weiß, ich habe morgen das und das und das und dann übermorgen das und am Wochenende das. Und ja, bin dann happy, wenn es hinhaut. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Und heißt es aber gerade so bei diesen Trail-Riding-Sachen, beim Berglauf, dass man erst so ab Mitte, Ende 20 auch die Erfahrung und ja auch die Härte hätte, um da ganz vorn mit dabei zu sein. Jetzt ist es bei dir schon so eine Art, ja, Frühkarriere. Wo geht es denn noch hin? Ähm, weiß ich nicht. Ich bin da relativ offen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze oder so weit komme. Deswegen mache ich so weiter wie bisher, trainiere so wie bisher und nehme alles mit, was ich kriege. Und bin da relativ, ich hoffe natürlich, es geht noch weiter und es passiert noch ganz viel Schönes. Aber ich kann dir jetzt gar nicht einen konkreten Plan nennen. Mal gucken. Was sind denn so, sagen wir mal, die nächsten Läufe, die nächsten Wettbewerber? Du bist ja gerade als bayerische Meisterin geworden vor kurzem, also auch dazu noch Glückwunsch. Danke. Was steht denn jetzt noch an als nächstes? Ähm, jetzt am Sonntag die Balser Trail Challenge. Ähm, 29 Kilometer sind das mit ein paar Höhenmetern drin. Und dann ist erstmal Ruhe, weil dann habe ich Klausuren und Hausarbeiten und habe der Uni mal den Vorrang gelassen für August. Und dann noch Limone Sky Race ist bei mir im Oktober noch und eventuell das Saalbach Sky Race im Ende August. Mal gucken. Okay, also der Plan ist doch relativ voll. Ja, also ich versuche es zu machen. Und wenn ich merke, ich kriege es zeitlich nicht unter, dann kommt vielleicht ein Wettkampf raus. Wenn ich merke, ich habe doch noch mehr Luft als ich dachte, kommt noch einer rein. Ich musste dieses Jahr ein bisschen spontan sein mit der Planung, weil es eben so viel drumherum noch gab. Danke, dass es spontan geklappt hat mit dem Besuch. Ja. Würde mich freuen, wenn es mal wieder so ist. Und wir können sozusagen da mal gucken, was sich als nächstes ergeben hat bei dir. Ja. Für heute erstmal, ja, danke und dass es weiterhin gut läuft. Dankeschön, war sehr schön, danke. Am Wörzsee, genauer gesagt im Golfclub dort, da gab es nun zum zweiten Mal ein sogenanntes Inklusionsgolfturnier für Kinder und für Jugendliche. Und das Ganze zugunsten der Aktion Sonnenschein. Und Markus Stampfl und Emma Drechsel fassen mal zusammen, was sich denn dort genau ereignet hat. Einzigartig abschlagen war beim zweiten Charity-Golfturnier am Wörzsee Programm. Denn erstmal schlugen, neben den Erwachsenen, acht Kinder mit und ohne Behinderung zum Sechsloch-Parcours ab. Ganz im Sinne der Inklusion. Mit Erfolg. Schließlich sind alle acht Träger des bronzenen Golfabzeichens. Trainerin Steffi Lindlbauer bringt den Kindern für den Golfsport nicht nur Koordination und Konzentration bei. Ich habe noch nie so einen tollen Zusammenhalt gesehen. Also es sind ja doch auch ein, zwei Kinder eben mit ein bisschen stärkeren Einschränkungen dabei. Und man sieht, die werden nicht ausgelacht wie wir vielleicht früher in der Schule, sondern es ist völlig egal, ob das Team verliert oder gewinnt. Hauptsache alle können mitmachen. Und das ist einfach so unglaublich schön. Ja, das ist auch das, warum ich das mache. Die Stiftung Aktion Sonnenschein wurde 1968 vom Kinderarzt Theodor Hellbrücke gegründet. Noch weit vor der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde hier Pionierarbeit in der Diagnostik und Behandlung von behinderten Kindern geleistet. Ungebrochen bis heute. Den Kindern zu helfen und sie ganzheitlich zu betrachten und ihnen zu ermöglichen, eine möglichst individuelle Lebensgestaltung zu finden. Individuell nach den Prinzipien von Maria Montessori. Dass da der exklusive Golfsport voll ins Konzept passt, dürfte kein Wunder sein. Also ich glaube, dass es allen Spaß gemacht hat, auch den Eltern. Ich meine, es gibt ja Schlimmeres, als hier in dieser schönen Gegend Golf zu spielen an so einem Tag. Und insofern, glaube ich, waren alle guter Laune. Und wir freuen uns jetzt auf ein total schönes Abendprogramm. Am Ende kamen 20.000 Euro für einen Projektbus der Aktion Sonnenschein zusammen. Damit wollen die Kinder der Montessori-Schule künftig zu den therapeutischen Angeboten des inklusiven Golftrainings fahren. Und auch die Theatergruppe der Schule soll davon profitieren. Seit dem vergangenen Wochenende läuft die Saison in der dritten Liga. Und aus München sind drei Vereine dabei, wenn man zum Beispiel die Spielvereinigung unter Haching mitrechnet. Aber auch mit 1860 und mit dem FC Bayern 2 ist ordentlich was geboten aus Münchner Sicht. Und wir werfen schon mal einen Blick drauf, wie haben sich die Bayern und die Hachinger am ersten Spieltag geschlagen. Der erste Spieltag in der dritten Liga ist vorbei. Im elften Jahr der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Vereinsfußball gehören auch die Amateure des FC Bayern München dazu. Für den Aufsteiger vom FC B2 begann das Abenteuer dritte Liga mit einem bayerischen Derby bei den Würzburger Kickers. Die kleinen Bayern unterlagen der Mannschaft aus Unterfranken mit 1 zu 3. Dadurch stehen die Münchner nach dem ersten Spieltag auf dem 18. Tabellenplatz. In ihrer ersten Saison in der dritten Liga seit acht Jahren setzen die Bayern mit Sebastian Hoeneß auf einen neuen Trainer und auf den eigenen Nachwuchs. 22 von 30 Spielern im Kader sind 20 Jahre oder jünger. Der Altersdurchschnitt liegt bei 20,8 Jahren. Am Freitag bestreiten die Bayern-Amateure ihr erstes Heimspiel in der dritten Liga. Zu Gast ist dann der KFC Oerdingen, der sein erstes Saisonspiel mit 1 zu 0 gewonnen hat. Längst ein fester Bestandteil in der dritten Liga ist die Spielvereinigung Unterhaching. Die Hachinger bestreiten bereits ihre zehnte Saison in dieser Liga. Zum Auftakt gab es ein 1 zu 1 beim ersten FC Kaiserslautern, was Platz 10 in der Tabelle bedeutet. Für Unterhaching soll die aktuelle Spielzeit möglichst eine der letzten in der dritten Liga sein. Der Plan bei den Münchner Vorstädtern ist, in dieser oder in der nächsten Saison aufzusteigen und damit der schwer zu finanzierenden dritten Liga zu entkommen. Dafür wurde der Kader verändert. Zehn Neuzugänge sind gekommen. Es ist eine Mischung aus gestandenen Profis, erfahrenen Neuen und Eigengewächsen. Trainer Klaus Schrom ist seit 2012 im Verein, was zeigt, dass bei der Spielvereinigung Kontinuität gelebt wird. 1. Saisonheimspiel der Hachinger ist am Samstag. Mit den Würzburger Kickers kommt dann ein weiterer bayerischer Verein nach Unterhaching. Und in jedem dieser beiden Vereine spielt ein Bruder. Und beide sind heute zu Gast. Ich sage herzlich willkommen Maximilian Welsmüller und Josef Welsmüller. Servus. Oder einfach Maxi und Seppi. Servus. 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 Ja, aber wie sieht es denn aus? So hat der erste Spieltag rum. Für euch Niederlage. Geht schon gegen den Abstieg? Wenn man die Tabelle sieht, dann schon. Aber ich glaube, die Tabelle nach dem ersten Spieltag ist nicht aussagekräftig. Ich habe das mal in den 60ern nicht. Nach Freitagabend waren sie Tabellenführer. Aber nur kurz. Ja, ja, für ein paar Stunden. Aber die haben sich das gegen Gerahmen bestimmt. Wie gesagt, wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen, der war auch möglich gewesen. Aber nach dem ersten Spieltag, glaube ich, ist noch alles drin. Waren die Kickers einfach die abgebrühtere Drittligamannschaft? Und ihr müsst ein bisschen aufgrund der Jugend des Teams Lehrgeld zahlen? Ja, den Satz habe ich jetzt am Wochenende auch schon fünfmal gehört. Ach, ich habe ganz am Wochenende daran gearbeitet an der Frage. Ich hoffe, dass ich den Satz jetzt nicht mehr so oft hören muss, weil wir eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten drei Minuten, in denen wir zwei Tore bekommen haben und da haben wir ein bisschen geschlafen. Und die Fehler wurden eiskalt bestraft. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Satz dieses Jahr nicht mehr so oft hören werde, dass wir Lehrgeld bezahlt haben, weil wir eine zweite Mannschaft oder noch eine sehr junge Mannschaft sind. Na gut, ihr müsst einfach nur gewinnen. Dann machen wir das ab jetzt. Hört dein Trainer sich ja gern. Bei dir ist die Situation noch ein bisschen anders. Du warst der Tribünadler. Du bist noch aufgrund einer Verletzung ein bisschen derangiert. Wie ist es dann, in Lautern runterzugucken? Ist ja ein riesen Stadion, wirklich ein Traditionsverein, der aber auch schon wesentlich bessere Zeiten gesehen hat. Ja, genau. Ich glaube, Betze ist mit das beste Auswärtsspiel in der dritten Liga. Brutales Stadion, brutal steil und waren auch 20.000 Leute da. Also war echt wieder schön da zu sein. Wir waren ja vor ein paar Wochen, ich glaube vor sechs, sieben Wochen erst da, in eines unserer letzten Auswärtsspiele und haben da ordentlich auf die Mütze bekommen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass er am Wochenende einen Tick besser lief mit dem 1-1. Wobei ich auch sagen würde, dass von außen, glaube ich, ist es okay, wenn das kleine Haching, wie du gesagt hast, am großen Betze einen Punkt mitnimmt. Aber intern, sage ich mal, haben wir so viele Möglichkeiten gehabt, wie wir unser Spiel aufziehen wollen, wie wir eigentlich gegen so eine Mannschaft, wie es Kassel-Lautern getan hat, spielen wollen. Und deswegen sind wir eigentlich mit uns selbst nicht ganz zufrieden. Boah, er gibt schon hier so seine Vorstellung als zukünftiger Trainer und als Presse-Statement, zack, komplett durch. Nein, nein, nein. Wie ist denn eigentlich bei euch so in der Familie die Rollenverteilung? Wir müssen ja mal eines sagen, es fehlt ja noch einer. Ja. Es gibt ja auch den Lukas, den Luki. Also da hätten wir Maxi, Seppi, Luki beieinander. Ihr seid Drillinge, was bei euch beiden doch durchaus zu sehen ist. Aber wir haben mal ein bisschen in der Fundkiste gekramt und präsentieren mal dem Publikum die Welsmüller-Drillinge in einer Jugendversion, die da folgendermaßen ausschaut. So, ich denke mal, von uns aus gesehen ganz links im Bild, das dürfte der Seppi sein. Ja. In der Mitte der Maxi und rechts der Lukas. Der schaut ein bisschen mehr. Ich meine, ist der Lichteinfall da ein bisschen komisch? Irgendwas ist komisch, gell? Wie kommt denn, dass der so semmelblond daherkommt? Die Frage können wir uns auch nicht beantworten. Mittlerweile ist er ein bisschen dunkler geworden, was die Haarfarbe angeht. Aber wie man da sieht, schaut er ein bisschen grimmig und er hat stroblonde Haare. Und der Josef oder der Seppi ist wie jetzt auch der Größte. Das sieht man auch ganz klar. Strahlt da so raus. In FC Bayern Trainingsanzügen, das war Jugendprägung, das war klar? Ihr seid alle Bayern-Fans? Oder es gab die einfach einen Dreierpack und Mama hat gesagt, nämlich du bist glücklich? Den haben wir lustigerweise von unserer Tante bekommen. Ich glaube, zu Ostern war das. Und wir wurden jedes Jahr quasi mit neuen Trikots und Trainingsanzügen damals gefüttert und Bettwäsche. Immer der Verein oder ging es Bundesliga weiter durch? Immer der Verein, können wir ganz ehrlich sagen. Können wir auch mit Bildern belegen. Schon immer FC Bayern, ja. Und ich glaube auch, umso schöner war es auch für Maxi, dass er auch dann zu den Bayern wechseln konnte. Weil er von klein auf Bayern verfolgt, von klein auf richtige Bayern-Fans gewesen. Und deswegen vergönne ich es ihm umso mehr, dass er jetzt bei einem großen FC Bayern spielen darf. Wenn auch für die Amateure, aber glaube ich trotzdem. Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch mal ab und zu einen Einsatz gibt. Ich meine, die Profimannschaften, so viel haben die momentan gar nicht unter Vertrag. Also guckt ihr da auch manchmal so ein bisschen und sagt, oh, vielleicht zum Training etc. Könnte ich da schon mal mit dabei sein? Ja, es ist generell so, dass wir viele Spieler von unserer Mannschaft für den Profibereich mal abgeben für ein Training. Also vor allem die jungen Spieler sind eigentlich wöchentlich dabei. Letztes Jahr die Kommunikation mit dem Trainer von der ersten Mannschaft, mit dem Niko Kovac, war super. Jetzt ist, glaube ich, die Amerika-Tour gerade. Da sind wieder von uns ein paar Spieler dabei. Also für die jungen Spieler ist es das tägliche Geschäft, dass sie oben dabei sind und mittrainieren dürfen. Für mich als älteren Spieler ist das jetzt eher eine Seltenheit. Das heißt, du hast schon aber auch so diese Führungsrolle in dieser jungen Mannschaft. Ja genau, wir sind zu viert. Nico Feldern, Timo Kern, Otschivrit und ich. Nur mit jungen Spielern ist es doch dann ein bisschen schwer. Ich glaube, wir haben so eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft geschafft, geschaffen. Wir sollen so ein bisschen die Verantwortung übernehmen, dass die jungen Spieler auch in so Phasen wie jetzt in Auswärtsspielen, wenn viel Zuschauer sind, dass sie da einfach so ein bisschen die Ruhe behalten und dann so ein bisschen sich an uns orientieren können. Und deswegen sind wir, glaube ich, in der Mannschaft und natürlich auch nicht auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, dass wir ihnen die eine oder andere Sache mitgeben können. Wie sind denn die so? Ich meine, es ist ja fast schon eine neue Generation, die ja da Instagram-mäßig und ein Foto alles festhält. Müsst ihr da manchmal so ein bisschen durchgreifen als die Älteren? Also wir müssen durchgreifen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt ein Jahr erlebt, in Anführungszeichen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Die Jungen, die aus der U19 rauskommen, sind wirklich, ja, lernwillig. Sie kommen auch oft auf einen zu und stellen Fragen, wie die eigene Karriere verlaufen ist, was man in der und der Situation eben machen kann. Hin und wieder muss man auch durchgreifen, muss das Trainerteam auch durchgreifen. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man sich mal so ein bisschen die Hörner abstößt, wenn man eben noch 18, 19 ist. Da macht man noch Dinge, die man vielleicht dann mit 25 nicht mehr machen würde, weil sonst wären wir alten, in Anführungszeichen, ja auch überflüssig. Nun ist ja so, du bist ja Käpt'n bei euch in der Mannschaft. Momentan vertritt dich Dominik Stahl auf dem Platz. Aber auch du bist gefragt als einer der Älteren, der erfahrenen Spieler, wobei ihr da eine recht ausgeglichene Mischung habt. Die Saison oder nächste, es soll raufgehen in die zweite Liga. Ja. Das heißt, ihr steht unter einem Druck, der von Vereinsseite jetzt langsam erhöht wird, weil die vergangenen Jahre hieß ja immer Liegenhalt, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Also ich glaube, wir können auch noch das übernächste Jahr mit dazu nehmen. Wir sagen immer, in den nächsten drei Saisonen wollen wir noch oben gehen. Ja, dann schiebst du dich so lang auf. Ja, nee, aber ich glaube, wir werden jetzt nicht enttäuscht, wenn wir es dies Jahr nicht schaffen. Ich glaube, es wäre auch vermessen, wenn wir als kleines Unterhaching jetzt sagen, wir wollen unbedingt aufsteigen und das als Ziel formulieren würden. Ihr seid jetzt an der Börse. Immerhin, ja. Für alle, die zuschauen, noch kann man kaufen. Steigt gerne mit ein. Hat der Mami Schwabel Auftrag gegeben? Das musst du nochmal loslegen? Nee, gar nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass, glaube ich, fast alle Spieler selbst investiert haben. Einfach, weil wir von dem Konzept tatsächlich... Du auch? Ja, ich auch. Ah ja. Ja, wirklich. Weil wir von dem Konzept einfach überzeugt sind und auch an uns glauben. Und wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, glaube ich, kann da durchaus auch Sympathie in dem Konzept sehen und finden. Und deswegen aber, wie du schon gesagt hast, wir wollen auf jeden Fall rauf. Ich glaube, dieses Jahr wäre es vermessen, wenn wir sagen wollen, oder unser großes Ziel ist, aufzusteigen. Aber wir wollen auf jeden Fall erstmal jedes Spiel gewinnen und auf jeden Fall eine bessere Rückrunde spielen, als wir es die letzten Jahre getan haben. Und dann schauen wir mal, wo das endet. Jetzt könnte man grinsen, aber eine schlechtere Rückrunde als vergangenen Spielsaison ist kaum noch drin. Wirtwurger Kicker sind der nächste Gegner und wer hätte es gedacht, gegen die habt ihr ja nun gerade erst gespielt. Kommt dann gleich nochmal der Anruf und man holt sich die Tipps ab beim Bruder? Ja, natürlich. Also unser Trainer Klaus Schrom hat auch ein super Draht mit Maxi, hat ihn damals bei 60 in der Ajungs schon gehabt und dann auch bei Unterhachingen das ein oder andere Mal gehabt. Und Maxi hat brutale Stärke im taktischen Bereich, Spielsysteme lesen, Stärken, Schwächen des Gegners einzuschätzen. Und ich denke auf jeden Fall, dass entweder über mich oder sogar der direkte Draht zu unserem Trainer das ein oder andere Mal laufen wird, weil es sich natürlich einfach anbietet, dass FC Bayern immer die Spiele, die wir spielen, quasi vor uns spielen, die Gegner. Und deswegen sind wir natürlich dankbar, wenn mein Bruder auch uns ein bisschen Tipps gibt und uns da vielleicht auch den einen oder anderen Punkt dazu beiträgt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Ihr werdet den zweiten Spieltag quasi eröffnen am Freitag gegen Uerding, das erste quasi Heimspiel in der dritten Liga. Wird das ein besonderer Moment dann? Ja, ich glaube, dass Bayern München acht Jahre darauf gewartet hat, dass sie in der dritten Liga wieder ein Heimspiel haben dürfen. Wenn man die Fans bei unserem Aufstieg gesehen hat, wie euphorisiert sie waren, ich glaube, dass es für sie so ein kleiner Traum in Erfüllung geht, dass sie endlich wieder Traditionsmannschaften mit vielen Zuschauern im Stadion haben werden. Deswegen ist es auf jeden Fall was Besonderes. Ich glaube, jeder kennt die Ambitionen vom KFC Uerdingen. Da steckt ein Investor dahinter, die haben unter anderem Kevin Großkreuz und andere namhafte Spieler. Ich glaube, das ist ein super Spielbild am Freitagabend. Wetter soll super werden. Ich glaube, die Vorzeichen stehen mehr als gut. Ich sage danke, dass ihr beide da wart heute. Beim nächsten Mal schauen wir, ob wir vielleicht noch den Lukas dann dazukriegen. Müssen wir rutschen, dann setzen wir hier bitte. Dann haben wir hier sozusagen eine Dreierrunde. Ja, danke und viel Erfolg weiterhin. Danke. Danke ebenfalls. Und auch beim TSV 1860, da rollt die Murmel in der 3. Liga. Damit ist nicht explizit Stürmer Sascha Möllers gemeint. Aber die 60er haben wir jetzt mit dabei im Kompaktblock Sport aus München, aus Bayern. In der 3. Liga steht der TSV 1860 nach dem 1. Spieltag im Tabellenmittelfeld. Die Löwen sind aktuell 13. Im Saisoneröffnungsspiel trennte sich der TSV mit 1 zu 1 von Preußen Münster. Am zweiten Spieltag sind die 60er bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Die Braunschweiger gewannen ihr Auftaktspiel beim 1. FC Magdeburg mit 4 zu 2. Das Spiel des TSV 1860 gegen Braunschweig wird am Samstag um 14 Uhr ausgetragen. Die U19 der Munich Cowboys hat das Endspiel um die Bayerische Meisterschaft erreicht. Der American Football-Nachwuchs der Münchner besiegte im Halbfinale die Allgäu-Comets mit 23 zu 20. Nachdem die jungen Cowboys in den vergangenen Jahren zweimal in Folge an den Allgäuern gescheitert waren, sicherten sich die Münchner durch ein Fieldgold wenige Sekunden vor dem Spielende diesmal den Sieg. Im Finale treffen die Munich Cowboys auf die Ingolstadt-Dukes. Das Spiel um die Bayerische U19-Meisterschaft beginnt am Samstag um 13.30 Uhr in Ingolstadt. Die Roller-Derby-Bundesliga-Mannschaft der Munich Dynamite hat ihr Heimspiel gegen die Ruhrpott Roller Girls A gewonnen. Die Münchnerinnen siegten mit 146 zu 142. Es war der zweite Sieg von Munich Dynamite im dritten Saisonspiel. Durch den Erfolg festigt die Mannschaft den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle. Erst nach der Sommerpause geht es im Oktober mit dem Spielbetrieb für Munich Dynamite weiter. Am kommenden Sonntag, da steht der bekannteste, der renommierteste, der prestigeträchtigste Renntag auf der Münchner Galopp-Rennbahn in München-Riem an. Nämlich der große Dahlmeier-Preis wird dort ausgelaufen. Eines von nur sieben Gruppe-1-Rennen in Deutschland. Und in diesem Jahr gibt es wirklich gute Chancen für die Münchner Pferde im Hauptfeld. Der Dahlmeier-Renntag ist der Renntag im Kalender des Münchner Rennvereins. Top-Galoppsport auf der höchsten Ebene bietet der große Dahlmeier-Preis das erste Gruppe-1-Rennen der Saison in München-Riem. Acht Vollblüter sind für das mit 155.000 Euro dotierte Rennen über 2.000 Meter genannt. Ein Beleg, dass der Termin bei den Stars der Szene im Kalender steht. Und so werden im Münchner Osten auch in diesem Jahr Starter der Extraklasse erwartet. Diesmal sind sogar zwei Münchner Pferde für den Saison-Höhepunkt angemeldet. Waikie-Star aus dem Stall von Sarah Steinberg und auch Derby-Teilnehmer Amiro von Trainer Michael Finge. Amiro belegte im Deutschen Derby nach langer Führung den 14. Platz. Davor siegte der dreijährige Hengst in München und gab mit einem vierten Rang im Bavarian Classic eine starke Empfehlung ab. Waikie-Star ist der Sohn des zweimaligen Dahlmeier-Preis-Champions Soldier Hollow. Im vergangenen Jahr siegte Waikie-Star auf Gruppe 3-Ebene in Baden-Baden und feierte weitere Gruppe-Platzierungen. Die Münchner Galopper bekommen es mit internationalen Spitzenpferden zu tun. Darunter ein Starter aus Frankreich und drei aus England. Der große Dahlmeier-Preis ist eine Prüfung der German Racing Champions League. Der Renntag selbst ist ein Publikumsmagnet und wird salopp als größte Kaffeeparty der Welt bezeichnet. Was längst ein Prädikat ist. Ein Trainer, der ein Pferd in diesem Rennen hat, der ist natürlich aufgeregt. Und so geht es dem Gast heute ganz besonders. Ich sage herzlich willkommen, Michael Figge, dem Trainer von Amiro. Guten Tag. Und vom Münchner Rennverein Sascha Multra. Sascha, servus. Hallo Daniel. Ja, wie sieht es denn aus? So werden langsam die Hände ein bisschen feucht und die Stimme belegt? Absolut. So ist es, ja. Also seit gestern fiebern wir schon sehr dem Rennen entgegen, dem größten Rennen des Jahres von München. Das ist schon sehr, sehr spannend. Amiro hat im Derby keine gute Klinge schlagen können. Da ist er leider nicht so richtig zum Zuge gekommen. Warum so kurz nach dem Derby in Hamburg jetzt wieder der Einsatz in München? Im Derby wurde er in der Zielgeraden vom Jockey in Ruhe gelassen, weil circa 600 Meter vor dem Ziel er die Zunge hoch hintergezogen hat, übers Gebiss gelegt. Und dadurch hat er nicht mehr genug Sauerstoff und nicht mehr genug Luft bekommen. Das hat er deshalb gemacht, höchstwahrscheinlich, weil ein anderes, schwächeres Pferd ihn immer wieder gestört hat an der Spitze. Magadan und der Amiro war dann so gestresst, dass er dann quasi die Atmung leider blockiert hat. Was rechnet ihr euch denn diesmal aus? Naja, diesmal rechnen wir uns schon wieder mehr aus. Also der lief bombenstark am 1. Mai im Bavarian Classic, was das stärkste Vorbereitungstestrennen für das deutsche Derby war. Alle Pferde drum, also er war dort Vierter, knapp geschlagen. Und alle Pferde um ihn rum waren im Derby auch vorne dabei. Also man hat gesehen im Nachhinein, das war sehr, sehr wertvoll, das Rennen. Und wenn er diese Leistung zeigt, dann müsst ihr eigentlich vorne mitmischen. Wir haben jetzt ein spezielles Gebiss aus Amerika bestellt. Ich hoffe, das kommt noch bis zum Rennen. Also das ist schon vor zehn Tagen losgeschickt worden. Ein Gebiss für das Pferd oder ein Zaumzeug? Ja genau, also ein, das nennt man Gebiss, was an der Trense befestigt ist, was dann im Maul des Pferdes ist. Und durch dieses Gebiss ist wohl die Zunge so, dass sie nicht mehr so leicht drüber gemacht werden kann, über dieses Gebiss. Also ist wohl noch etwas, ja, perfekter für Pferde. Also wie du gewiss gesagt hast, habe ich so das Glas auf dem Nachtschrank meiner Oma so plötzlich wieder vor mir gesehen. Und da war jetzt vor einem kurzen Moment, oh hoppala. Momentan sind noch acht Pferde genannt für dieses Rennen, darunter vier aus München. Das ist außergewöhnlich. Warum ist in diesem Jahr diese Konstellation? Ja, das ist ganz lustig. Als wir letztes Jahr zusammensaßen, genau zum Thema Dallmayer-Preis, hast du mich gefragt, warum kein Pferd aus München? Wie gesagt, ich bin ganz optimistisch, dass dieses Jahr welche dabei sind. Jetzt sind es gleich vier. Hängt damit zusammen, dass die Münchner Quartiere im vergangenen Jahr schon unheimlich wertvolle Basisarbeit geleistet haben. Es hat sich im Frühjahr schon abgezeichnet, dass aller Voraussicht nach zwei Pferde im Derby laufen können. Und Pferde, die im Derby starten, sind traditionell auch potenzielle Starter für den Dallmayer-Preis. Und der Stall Salzburg hat eine ganze Reihe von Pferden, die auf Gruppeebene engagiert sind. Und die haben natürlich gesehen, es sind jetzt nicht ganz so viele Pferde aus dem Ausland genannt. Die machen momentan ein bisschen den Bogen, weil die Konkurrenz aus München stark ist oder weil auch die Termine ein bisschen anders gesetzt worden sind? Ja, die Termine liegen etwas enger zusammen. Dann gibt es natürlich eine sehr, sehr große Auswahl an Gruppe 1-Rennen, die sehr, sehr hoch dotiert sind, sodass das Reisen nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn natürlich ein Quartier aus dem Ausland sieht, dass ein anderer starker Kontrahent zum Beispiel jetzt aus England genannt ist, dann sagt man ja gut, okay, die 100.000 in München sind zwar viel Geld, aber in Frankreich oder in England geht es am selben Wochenende oder ein Wochenende später um 150.000 oder 200.000 Pfund oder auch Euro. Und dann sagt man ja gut, okay, dann machen wir München in den Bogen, da soll der hingehen und wir starten woanders. Aber die Chancen, dass ein Münchner Pferd vorne dabei sind, die ist ja so hoch wie schon seit langem nicht mehr. Was würde das bedeuten für den Standort, für den Galopp-Standort hier in Bayern? Naja, wir können schon eins beobachten, dass die Erfolge der Münchner Trainingszentrale A bundesweit gesehen werden, also auch bei den größeren Züchtern. Wenn Münchner Trainer erfolgreich sind, national oder auch international, wie im vergangenen Jahr, dann steigt das Interesse am Standort in München, was das Training angeht. Und je mehr Pferde hier in München stehen, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir den ein oder anderen Star sehen. Nun ist der große Preis von Bayern, das ist das Hauptrennen, das Gruppe 1 Rennen. Es wird ein Renntag sein mit wie vielen Rennen noch? Weil ihr habt ja meist auch sehr starke, sozusagen, ja, Nebenrennen kann man ja fast gar nicht sagen. Also geplant sind insgesamt neun Rennen. Der Nachmittag wird starten zwischen 13 und 14 Uhr. Das wissen wir erst am Donnerstag, wenn tatsächlich die Renneinteilung vorhanden ist. Und wir haben sehr gut klassische Rennen an diesem Tag geplant. Also es werden mehrere dreijährigen Rennen stattfinden, wo also der Jahrgang unter sich ist, aber auch Rennen für ältere Pferde, wo man von dem einen oder anderen interessanten Gast auch ausgehen kann. Wie ist denn die Vorbereitung jetzt denn? Also die Nervosität steigt, das haben wir schon gesagt. Ja, die Vorbereitung ist eigentlich wie auf die anderen Rennen auch. Ein bisschen anders ist eben jetzt das, dass man in den letzten Tagen, also das Training ist dasselbe, aber in den letzten Tagen schaut man, dass das Pferd absolut umsorgt ist von Masseur und Chiropraktiker. Masseur? Ja, ja. So Wellness für das Pferd? Ja, absolut. Das heißt, da kommt jemand und legt dann die Hände auf? Ja, genau. Pferd müsste man sein. Ja, und ja, das macht meine Frau, die ist Tierarztpraktikerin und die macht eben so eine spezielle neurostimuläre Muskelbehandlung. Und eine Chiropraktikerin kommt noch, also die ist auch Tierärztin und damit das Pferd wirklich sich top fühlt und auch glücklich und schnell laufen kann. Ist denn im Pferd an einem Renntag anzumerken, ob es nervöser ist als sonst? Ja, das merken die schon. Also die fressen zwar ihr Frühstück noch, aber dann merken die schon, heute ist was anderes und die Anspannung steigt auch bei den Pferden. Ich glaube aber auch, dass es eine Vorfreude ist, weil die laufen ja gerne schnell, sonst würden die ja auch nicht hingehen zur Rennbahn und das Geläuf nicht betreten. Aber die merken schon den Wettkampf, also das Adrenalin steigt dann schon an bei denen auch. Wie ist es so, der Bekanntheit gerade des Rennens in Deutschland ist ja groß. Wie wird der im Ausland wahrgenommen? Klar, die Starter, die Trainingsquartiere, die Trainer, die wissen, dass es das Rennen gibt. Wie wird das in der Öffentlichkeit oder wird das dort medial irgendwie erfasst? Ja, definitiv. Die Aufmerksamkeit aus dem Ausland haben wir. Das sehen wir zum einen, was den Wiederhall in der internationalen Fachpresse angeht. Also man kann regelmäßig über dieses Rennen auch im Vorfeld schon was in England und Frankreich lesen. Das heißt, dieses Rennen zählt. Hängt auch damit zusammen, dass der große Dallmayer-Preis in den vergangenen drei Jahren zweimal unter den Top 100 Rennen der Welt war. Es war eines der besten Rennen der Welt sozusagen. Es war das beste Gruppe-1-Rennen in Deutschland in den vergangenen drei Jahren zweimal. Und ganz klar wird das wahrgenommen. Aber wir würden uns natürlich auch immer noch ein bisschen mehr Coverage wünschen. Keine Frage. Ich bin gespannt. Ich komme am Sonntag mit der Familie, mit Picknickdecke und fünf Euro Taschengeld darf ich ausgeben, wenn meine Frau schon genehmigt. Ich setze auf Amiro. Heute, die ja, diesmal riskiere ich mal. Danke, dass ihr da wart. Danke, Daniel. Und wir sind am Ende der Sendung für dieses Mal angekommen. Sehen uns kommende Woche dann wieder hier. Ja, und bis dahin. Servus. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.